Ich bin eine Kuh! Hallo? Bist du ein Gast? Jemand der hier spielt? Oder der mit anderen hier irgendwo anders spielen muss? Na, ich möchte hier gerne spielen! Auf****! Merkwürdig anfangen! Hallo? Ja? Ich möchte hier gerne spielen! Hast du denn schon das Quiz gemacht? Jaja! Und? Unter dem Namen, der hier auch im Chat steht? Ähm, nein! Ich komm nicht aus meinem Minecraft raus! Ich komm da nicht raus! Dann musst du mit der linken Shift-Taste bitte drücken! Dann würdest du rauskommen! Jaja, ich bin jetzt draußen! Das hab ich auch selber hinbekommen! Und wie ist dein Name innen geben bitte? Kannst du das etwa nicht lesen? Ich drehe nur mich selber, weil ich momentan in der Farmwelt bin! Ah, okay! Ich muss jetzt erstmal in die andere Welt gehen und nachgucken! Gibt's doch Hühner! Farmwelt gibt's Hühner! Cool! Und, äh, das Quiz? Ist das schwer? Ja! Also, äh, wenn du im Minecraft sitzt und nicht rausgekommen bist, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass du das Quiz schon gemacht hast! Jaja! Weil, äh, anders dürftest du dich sonst gar nicht hier bewegen! Ja! Ich bin eine Kuh! Noooo! Noooo! Ja, hallo, wer auch immer gekommen ist... Hallo! Wer ist denn Jake's? Ich bin eine Kuh! Möööö... Wer ist denn Jake's? Ich bin eine Kuh! Ach, halt's Maul! Mööööööö... Ich bin eine Kuh! Lieb nicht, du bist ein Schaf! Ich bin eine Kuh! Wisst ihr Leute, was ich bin?! Ein Schaaf! Eine Kuh! Hallo? Ja, ich bin fertig. Aber wenn ich zum Teleport Spawn machen will, komme ich wieder zum Spawn. Und da gibt es keine Hühner. Ja, wie lange dauert es denn noch? Ich möchte Hühner. Schreib doch mal bitte was im Chat. Kann ich nicht. No permission to do that. Ich möchte Hühner. Bist du fertig? Nein. Okay, kriege ich hier einen Huhn, damit ich nicht alleine bin. Huhn? Ja. Kommst du auf Huhn? Ich möchte einen Huhn haben hier im Tutorial. Oder in diesem Spawnraum. Kann ich einen Huhn haben? Glaube nicht. Vielleicht würde es dich beißen. Ne Kuh. Ne Kuh. Also ich finde dich hier nicht bei denjenigen, die das Quiz gemacht haben. Das heißt, wir kommen erst mal nicht im Geschäft. Ich bin eine Kuh. Bist du eine Kuh, die überhaupt auf dem Server ist? Hast du mich gerade als Kuh beleidigt, oder was? Bist du überhaupt verrückt? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Bist du jetzt witzig, weil du sagst, dass ich eine Kuh bin, oder was? Wirst du Stress oder so bekommen? Zeig dich an, wenn es sein muss. Das ist einfach... Die Menschen würde es unantastbar und du kannst mich nicht beleidigen. Denn ich bin eine Kuh. Hä? Ja. Ja, und wie soll ich das ohne Kuh machen? Äh, ich dachte, das Quiz macht man mit dem Kopf. Äh, okay, ich stelle mich jetzt frei. Versuch's. Ja, und geht es auch ohne Kuh? Also, ich glaube nicht, dass du eine Kuh dazu brauchst. Du müsstest bloß das Quiz hier löst haben. Macht man, braucht man keine Tiere dafür? Nein. Äh, auch kein Schaf. Keine Wolle. Kannst du später hier alles dann entweder anbauen, abbauen. Aber, um das Quiz zu machen, brauchst du das nicht. Komisch. Da gibt's ja gar kein Quiz. Muss man, um das Quiz zu machen, wirklich keine Tiere brauchen? Mal bitte vor eine Frage. Oder lies mir eine Frage vor, die du gerade hast. Ja, ich hab hier gar keine Fragen. Hier sind nur so dämliche Schilder. Na, dann stell dich doch mal bitte vor eines dieser Schilder. Ja, okay. Und? Ich bin ein Schwein. Okay. Ich bin ein Schwein. Auf deinem Server. Okay. Ich mache... Und wie machst du? Hallo? Ja, hallo. Ich bin ein Schwein. Was bin ich? Ein Schwein. Ja, richtig. Und wie macht das Schwein? Grunds. Ein Schwein macht... Wie macht das Schwein? Grunds. Nein. Das Schwein macht... Wie macht das Schwein? Grunds. Nein. Das Schwein macht... Wie macht das Schwein? Grunds. Falsch. Macht das Schwein... Wie macht das Schwein? Ja, richtig. Dann liest du mir bitte das Schild vor. Ich kann nicht lesen. Zieh. Jau. comes economy mundo, Gävin. Wie macht das Schwein. Und wie mach. sechs, ich bin auf sus... Jak. Bis nach. Mohammed bin. Tschüss. Bis nach.